Zu lange werde ich jetzt wahrscheinlich nicht stüm. Ich werde wahrscheinlich noch maximal bis dahin aufnehmen, wenn ich keine Epic Quest mehr habe. Und dann, wenn ich kein Epic Quest mehr habe, schlimmsten Fall dann höre ich auf. Oder halt, wenn ich aufhören muss, weil ich noch was machen muss. Also zu lange jetzt nicht mehr dauern. Keine Angst. Ich werde euch nicht mehr lange festhalten. Ja, war noch. So. Aber wenn ich verstehe, ich schreibe mir eigentlich immer bei den Patch Notes rein, wenn ihr zum Beispiel, als der Ding KW kam für. Keine Angst, ich werde noch mehr verkämen später hinzufügen. Ne, was soll ich sagen? Genau bei den Patch Notes, wie zum Beispiel jetzt das Ding dazugekommen ist. Ähm... Ähm... Äh... Dark Knight Jump Event plus... ...dem anderen, ne? Da sag ich eigentlich, ja komm, ihr kriegt den KW direkt, wenn ihr das macht. Stand soweit ich gelesen habe, da... Das haben wir nicht gekriegt, den KW direkt. Ich mache extra mal einen Stream, wo nur Fabcam drauf ist. Keine Angst. Wirklich. Da sagt jemand, ich bin nicht normal. Ich will lieber halt die Fabcam. Ne? Ja, oder wenn ich aufhöre, wie gesagt. Ich habe jetzt gerade mal drei Folgen. Das ist ein bisschen... ...wenig für eine Woche, die fünf Tage hat. Also, eine Viertelstunde mindestens noch. Dann mal vielleicht... ... noch irgendwas anderes. ... noch... ... noch... ... noch... ... noch... ... noch... ... noch verschwindet, yes! Super, gut gemacht Manuel. Bestes, 1 a. ... ... ich habe mir gerade das gedacht ich wollte es sagen aber dann ist man nein ich sag es nicht und so ist es jetzt halt da wurde eine kiste aufgemacht muss in die kiste gehört holzkiste was du für drei so close jetzt so far so super im englischen sollte man ein englisches play machen so da dieses jahr wahrscheinlich auch noch nach vor den ferien kommen wird kann ich sagen ich werde den ferien wahrscheinlich auch wieder streamen wird für mich ist jetzt noch eine woche schule in der wo ihr das jetzt seht und dann in der woche sind eine woche ferien der stimmig wieder viel weil ich sage youtube zu schauen soll dann auch da sein was ist die dame jetzt muss mvp muss kill noch kein kill mvp es wundert mich so nämlich wundert sich dass ich kaum aufnahme bis jetzt habe obwohl jetzt schon so viele dann nicht gemacht haben wir schaffen die dann sind fünf minuten permanent und das ist kein wunder tut mir leid ich muss was trinken menschliche bedürfnisse sollten die erkennen eigentlich es sei denn ihr seid roboter dann tut mir leid für euch aber ich habe schon was wir einfach habe ich was verpasst noch mal so ein zweiter war auch ein high fast so voll zett müssen zu anpassen laufe mal da fragt wie viele sollten wieder los in elzort elzort hätte ich das hätte jetzt nicht von dir erwartet wie es einfach gerade auf den gegner seinen arsch reingesucht hat sehr gut und jetzt sind auch hier und schon wieder in den arsch reingesucht wird schon was dann machen da fragt wie viel ist heute los was ist heute los so viel habe ich ja seit jahren nicht mehr in die mehr gesehen jahren methodisch jahren ja ja was ist komm auf nach drüben hier ist der rote Kirby seht ihr das ist roter Kirby das Spiel ist schon wieder so dämlich spielt ich zeige euch mal wie so das Spiel inkompetent ist trotzdem tu ich mir in Habe wir stellen uns jetzt neben ne ich nehme die ne auch nicht nehm die damit nicht die sind als zweiergruppe angemeldet da tun wirklich ich glaube er diesen als zwei jahr kommt wenn wir nicht irre den haben wir dann hier um gott aber kurz was getrunken was was wieso seid ihr nicht mehr da was was war es ist wo habt ihr meine gruppen ihr habt meine gruppe geklaut wieso seid ihr nicht mehr in deiner gruppe ich fühle mich vom spiel verarscht volksort strikes gehen japan hier auf jeden fall schwarze strikes gehen las los ich will es einfach nicht loslassen hochziehen das spiel ist das beste hat so wenig bugs das ist schon unglaublich ich bin mit so wenig bugs müsste jeder auf der welt spielen selbst die pay to play games also was wie minecraft oder skyrim die sind noch ja noch viel mehr bugs als dieses spiel ihr findet das super nicht super aber einfach es ist einfach so ich kann nicht dazu sagen das ist auf jeden fall super ich dachte erst wir hätten nur eine neue person in der gruppe dann fällt mir auf wir hatten auf einmal zwei elises noch in der gruppe und da vorne elises in der gruppe zu und was lernen wir daraus dieses spiel ist kein stück verpackt ich muss es einfach so oft betonen wie wir noch in dem land hier sind hier steht ja er hätte wahrscheinlich auch so denken können dass das steht zwei leute vier gruppe als ihre gruppe startet und dann bin ich nur alleine genau da fand und wurde entführt schnell wir müssen ihn retten wir sind dann von drei sekunden abschließen 321 nein er wird immer weg bleiben das ist zu vieles 1a 10 out of 10 und play ich glaube hätte das spiel keine bugs mehr dann wäre es nicht mehr älter oder mehr zu sein jetzt nicht rein einfach weil wir unsere meine partner in dem fall nicht mehr da sind nein sorry not today es dann da auch nicht jetzt gerade eben da dass sie die gruppe verlassen okay ich hoffe einfach das ist noch der user kann nicht eingeladen werden ich habe euch gerettet seid glücklich ich habe euch bei